Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie simpel und einfach jeder von uns zu Hause kann selbst eine hexagonale strukturierte Wasser herstellen. Und das ist sehr, sehr wichtig für unseren Organismus, weil wir sind zum größten Teil aus Wasser entstehen und von Geburt tragen wir reines Wasser in unserem physischen Körper. Und kurz vor dem Tod hat der Mensch gar kein reines Wasser im Körper und das ist natürlich erste Ursache von dem Tod, auch natürlich Krankheiten. Es ist sehr, sehr wichtig, auch erwähnen, wieso hexagonale Wasser. Erstens, dieses Wasser hat Eigenschaften, es verändert den pH-Wert. Das elektronische Ladung bringt mit sich sehr hohe elektronische Ladung und es verschafft dem Körper auch die Zelle, wenn die Spannung im richtigen Ursprung, gesunden, harmonischen Ursprung zu bringen, auch es negativ geladen. Auch verändert sich der pH-Wert und das Wasser hat diese Eingenschaft, die reinigt sich selbst, die strukturiert sich selbst. Egal was passiert, sie ist einfach rein, strukturiert das Wasser. Es ist genial, was sie macht. Und jetzt würde ich dir zeigen, was du für so eine unglaubliche, leichte Methode brauchst. Du brauchst absolut zwei identische Flaschen mit ziemlich großen Halsöffnungen, also diese Flasche habe ich vom Brotdruck genommen. Auch die Teckel davor, die schauen so aus. Dann brauchst du natürlich die beiden Teckel. Danach, die Teckel würden ausschauen genau so. Ich erkläre wieso. Du füllst eine Flasche voll mit dem Wasser, andere bleibt leer. Auch du brauchst zum Herstellen einen Bohrer, 10 Millimeter, also ein Zentimeter Durchmesser vom Bohrer. Um die Teckel festzuhalten, brauchst du so ein Gerät, weiß ich nicht, mein Mann kann bestimmt besser sagen, wie es heißt. Auf jeden Fall, dass das festhalten und eine Holzbretter, wo du reinlegen, reinbohren kannst, dass das Blatt oder wo du bohlst, nicht beschädigt wird. Okay, jetzt zeige ich Schritt für Schritt, wie du das alles selbst machen kannst. Und zuvor erzähle ich über andere Möglichkeiten, Wasser zu strukturieren, dass ich das nicht vergesse, dass es zum Beispiel gleiche Flasche, aber eben schon gesplittert sind, aber immer drinnen. Ich nehme die Steine auch nicht raus, so sieht die Babyflasche von meinem Kind, die ist sechs Monate alt und sie trinkt gerne dieses Wasser. Und so schaut meine Wassergaraffet zu Hause. Ich habe natürlich viel, viel mehr Steine als Brahma, weil ich die habe. Okay, und jetzt zurück zur mechanischen Möglichkeit, wie wir hexagonale Wasser herstellen. Also wie gesagt, wir brauchen zwei identische Flaschen mit zwei identischen Deckeln. Die beiden Deckeln legen wir quasi den Boden aufeinander zusammen. Wir brauchen Tesa und besser, das ist ein Isolierband, so festes Isolierband. Ich habe so vorbereitet und dünne Streifen schon geschnitten, die kriegen wir alle im Supermarkt. Dann legen wir die Deckel ganz genau zusammen und befestigen wir mit Isolierband richtig fest. Also wie möglich festdrücken und gut verkleben. Erst eins, dann zweite Streifen. So. Wenn es verklebt, wie jetzt, einfach breiten wir aus, richten das. Genau, dann kleben wir wieder. Und es ist jetzt nicht notwendig, aber ich mache noch dritte Band, um einfach dir fest zu zeigen, dass du es auch machen kannst. Okay, jetzt haben wir fest angebrachte Deckel für diese Flaschen. Ich zeige dir, wie man kann verschrauben die ganz gut. Jetzt geht es darum, dass wir ein Loch in der Mitte von diesem Deckel bohren können, müssen, sollen. Und das können wir machen mit so einem Gerät, wie gesagt, das bringe ich zusammen. Moment. So, es haltet fest. Dann lege ich an dem Holzbrett, dann halte ich die Bohrer, genau mit 10 mm Bohrer, stehe ganz genau in der Mitte vom Deckel. Die Bohrer halte ich exakt gerade, also perpendicular den Deckel und richte die ganzen Kraft von oben nach unten und das natürlich festhalten und bohre ein Loch. Okay, also ich denke, wenn du das nicht kannst, dann findest du in deinem Umfeld jemanden, der das für dich erledigen kann. Okay, also dann, sobald ich das Geburt habe, das mache ich jetzt nicht, weil ich habe es schon vorbereitet. Von einer Seite wird komplett glatt, von anderer Seite wird nicht ganz glatt. Ich nehme ein Pfeil für Metalle und falle das weg, dass das absolut gerade Loch, dass ich bedenkenlos Finger reinstecken kann, ja? Gut, danach passiert folgendes. Ich zeige, wie es aussieht. Danach bringe ich die Deckel fest an die Flasche, die leere stelle ich oben und alle beide verschließe. So richtig, zack. Und jetzt drehe ich die Flasche um, vorsichtig lassen, und beginne nach rechts zu drehen, wenn möglich schnell, aber richtiger Umkreis, und stelle das einfach los und du siehst, wie der Verwirbelung-Effekt funktioniert. Das mache ich drei, vier, fünfmal und dann kann man trinken und sparen viel, viel Geld mit unterschiedlichem gereinigtem Wasser oder verwirbelungsgeräten, wie es immer. Schauen, nochmal, nochmal, drehen nach rechts. Bitte nach rechts. Siehst du, verwirbeln? Muss man schneller drehen, dann verwirbeln wird immer besser. Jetzt nochmal, das tut. Schneller. Schneller. So, siehst du, muss man schneller drehen, ja? Wenn ich langsam gedreht und mit dir unterhalte, hast du gesehen, es ist nicht so richtig hart, sich verwirbeln. Und wichtig ist dabei, unsere Gedanken, unsere positive Ausrichtung auf das, was wir tun. Wenn wir positiv denken an dieses Wasser, wie Dr. Emoto das uns in seinen Büchern hinterlassen, wird das Wasser uns diese Gedanken auch bringen. Also, du siehst, dass du hast jetzt die Möglichkeit, selbst zu Hause eine hexagonale Wasser herzustellen und fragst du gar nichts. Dass du quasi hast, absolut jetzt reines Wasser mit vollen, positiven Informationen, welche kann deinen Körper unterstützen, wie gesagt, beim basischen Bereich. Also, es hat Eigenschaften, pH-Wert stabilisieren, Elektronen im Körper bringen und die reinigen sich von alleine. Und wenn so ein Wasser kommt im Körper, die bringt Informationen für andere Körperwasser, dass das Reinigungsprozess beschleunigen soll. Also, viel Spaß damit.